Herzlich willkommen auf unserem Ferienhof in Stennishöhe. Erleben Sie bei uns Urlaub auf dem Bauernhof und Spaß für die ganze Familie. Unser Grundstück mit Gartenhäuschen, Lagerfeuerplatz und Spielwiese hat für alle etwas zu bieten und bis zur Ostsee ist es auch nicht weit. Erwachsene Gäste finden bei uns Erholung und Entspannung, während die kleinen Gäste sich nach Herzenslust austoben und Tiere erleben können. Unser Ferienhaus und die Ferienwohnungen sind komfortabel und liebevoll eingerichtet. Sie bieten alle viel Bewegungsraum und sind qualitätsgeprüft. Informieren Sie sich näher auf unserer Homepage oder stellen Sie uns gerne eine unverbindliche Buchungsanfrage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.